Hallo liebe Nerds, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fix Erklärt. Der Scout, der ist nicht so unbedingt wie die anderen Kinder in der DRG-Gruppe und deswegen machen wir das ein kleines bisschen anders. Der ist so flexibel, so agil und kann einem so auf die Nerven gehen. Zipp! Oh, hi, wolltest du dir an? Da empfiehlt sich dann doch die Anpassung der Perks. Plasorga ist grundsätzlich immer sehr interessant, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und ich nehme es üblicherweise auch immer sehr gerne mit. Beim Scout tatsächlich würde ich doch eher, und das wird jetzt einige überraschen, würde ich tatsächlich sehr zu tiefen Taschen raten. Aus dem einfachen Grund, ihr seid als Scout doch relativ regelmäßig, relativ weit von euren anderen Mitzwergen weg. Und saust da irgendwo in der Botanik rum, was ja quasi auch irgendwo eurer Stellenbeschreibung entspricht. Und gerade da ist es durchaus, ich will nicht sagen regelmäßig, aber es ist doch relativ oft so, dass ihr in Gegenden kommt, die anderen Zwergen jetzt nicht so direkt zugänglich sind. Und vor dem Hintergrund ist es durchaus interessant, die Taschen ein bisschen größer zu haben und ein bisschen mehr Materialien zu haben, die man tragen kann, damit man nicht dauernd oder so schnell wieder zurück muss, um die eben abzugeben. Deswegen, gerade für den Scout tatsächlich lustigerweise, dieser Perk sehr interessant sein kann, meiner Meinung nach. Die Elementarisolierung, da macht man, finde ich, grundsätzlich nichts mit verkehrt. Und freundlich, in diesem Fall aus einer leicht anderen Motivation, der Scout ist jetzt nicht so der Superkämpfer. Der kann zwar auch gut Schaden machen, aber der ist mehr so, sagen wir mal, sehr fokussiert, was das Thema Schaden angeht. Der hat nicht so die Riesen-AE-Fähigkeiten. Und aus dem Grund kann der Teamschaden sehr gut umgehen, was das Anrichten angeht. Sehr wohl aber, und gerade wenn es sich immer, wenn man so den Endkampf der jeweiligen Mission so im Hinterkopf behält, nur weil man selber vielleicht keinen Schaden anrichtet, man kann aber sehr wohl Schaden abbekommen. Und gerade der Scout, weil der eben so unfassbar schnell und flink über die Karte saust, und da, wo eben noch alles klar war, da liegt dann plötzlich so eine kleine Mine rum, und dann macht es halt mal Bumm. Deswegen tatsächlich weniger aus der Verursachersicht, sondern mehr aus der Sicht, die den einstecken. In dem Fall quasi so die Rubrik Eigensicherung. Hier die Schwebestiefel. Die sind grundsätzlich für jede Klasse sehr gut, um eben Fallschaden zu vermeiden. Aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, keine Klasse ist so prädestiniert dafür, Fallschaden zu bekommen, wie der Scout, aufgrund der ihm eigenen, klassenspezifischen Fortbewegungsweise. Den Perk wiederum kann man, deswegen hier auch leicht die abgewandelte Erklärversion, auf den kann man im Grunde verzichten, wenn es einem darum geht, Fallschaden zu vermeiden. Das Ding hat auch noch eine andere Möglichkeit, genutzt zu werden. Dazu komme ich dann gleich. Und zwar, wenn ihr die Flinte, wenn ihr da eine Übertaktung für bekommt, nämlich das Spezialschießpulver. Das Ding ist super, auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite super praktisch. Sternchen, wenn man gewillt ist, auf die Schrotflinte als Waffe zu verzichten. Weniger wie Schießpulver und mehr wie Raketentreibstoff. Diese Mischung gibt dir einen Wahnsinnsschwung, mit dem du dich wegkatapultieren kannst. Katapultiere dich mit dem Rückstoß deiner Schrotflinte in die Luft. Das muss man sich so vorstellen, ihr drückt den Lauf ab und schießt euch dann nach hinten. Und das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo von irgendeiner hohen Fläche runterfallt und kurz davor seid, auf dem Boden aufzuschlagen, und ihr habt diese Übertaktung drin, dann schießt ihr mit der Flinte und kriegt dadurch eben so viel horizontalen Schwung, dass ihr keinen Fallschaden mehr bekommt. Fordert auch ein bisschen Training, weil das davon abhängig ist, wo ihr hinzielt, weil in die Gegenrichtung schießt es euch. Ist aber, wie gesagt, super, super angenehm, um Fallschaden zu vermeiden. Der Haken, wie bereits gesagt, die Flinte als Waffe fällt aus, weil das bei jedem Schuss passiert. Jedes Mal, wenn ihr mit der Flinte schießt, fliegt ihr irgendwo in die Gegend. Und dann verbieten sich halt größere flintentechnische Schussmanöver quasi von selbst. Also wenn es einem rein darum geht, Fallschaden zu vermeiden, ist diese Flintenübertaktung total super. Habe ich schon probiert, Corby, finde die auch unheimlich witzig. Damit kann man wirklich Spaß haben. Wie gesagt, man muss halt eben bedenken, die Flinte als Waffe ist damit ad absurdum geführt, im wahrsten Sinne. Aber das ist eine valide Taktik. Das sieht man auch relativ häufig bei Scouts. So wäre man in der Lage zu sagen, okay, ich verzichte auf die Schwebestiefel, ich habe einen Perk-Slot gespart. Dem würde ich auch zustimmen. Ihr ahnt es, da kommt schon wieder ein dickes, fettes Aber angeschlichen. Aber die Schwebestiefel, Schwebestiefel, die haben einen weiteren unfassbar praktischen Aspekt. Und zwar, lesen wir uns mal kurz durch, schicke Stiefel, die dich in der Luft für dreieinhalb Sekunden schweben lassen. 75 Sekunden Abklingzeit, drücke lange C, während du in der Luft bist, drücke C oder die Space-Taste, während du schwebst, um dies zu deaktivieren. Warum ist das unheimlich hilfreich? Da ist schon wieder ein dickes, fettes Aber dran. Also der Scout, da könnt ihr euch dran gewöhnen, ihr habt super viele extrem hilfreiche Tools, Komma, aber. Mal gucken, ob ich das auf die Spitze getrieben bekomme, dass ich das bei jedem Perkchen bekomme. Dazu fangen wir nicht mit euren Waffen an, sondern mit dem Enter-Haken. Das ist euer Signature-Gerät. Damit könnt ihr euch in jeder Richtung, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, wie auch immer, könnt ihr euch überall hinschießen und damit eben sehr, sehr kreativ durch die Gegend bewegen. Das Problem an der Nummer, man kann sich damit auch, und dieser Tooltipp beschreibt es eben sehr, sehr schön, Gefahr eines versehentlichen Todes hoch. Muss ich noch mehr sagen? Ja, man kann sich damit aus potenziell lebensbedrohlichen Situationen extrem schnell herauszipleinen, kann sich aber auch in extrem kurzer Zeit in sehr lebensbedrohliche Situationen hineinzipleinen. Heißt konkret, ihr zielt irgendwo hin mit dem Ding, das Ding hat unendlich Munition, das hat nur eine mehr oder weniger lange Aufladezeit, schießt dann entsprechend einen Greifhaken in die Wand, haltet die Maustaste gedrückt und dann werdet ihr eben hier, seht ihr, hier habt ihr so eine Kabeltrommel quasi, dann wickelt sich dieses Teil auf und ihr werdet dann dahin gezogen. Das ist mega praktisch, wenn ihr irgendwelche Vorsprünge hoch wollt oder auch runter wollt. Ihr könnt das auch nach unten machen und damit euch auf den Boden ziehen und keinen Fallschaden bekommen. Ihr könnt damit Ressourcen abstauben, also hier gerade diese optionalen Ressourcen, diese Bulu-Kappen oder Fossilien oder, 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 all solche Sachen, die man nur gerade eben aufsammeln muss. Wenn ihr irgendwo, nirgendwo oben ein Ressourcenvorkommen seht und ihr habt einen Ingenieur in der Gruppe und der haut euch eine Plattform hin, zup, einmal da hoch auf die Plattform und dann baut ihr das Zeug ab. Also das Ding ist unfassbar vielseitig. Wir haben es sogar im Namen. Die Reichweite ist gecappt. Punkt 1, das kann man hier ändern. Einwiderreichweite. Und Punkt 2, die Höchstgeschwindigkeit. Das steht da so klein und unschuldig. Das Rückziehen des Hakens bedeutet einen schnelleren Zwerg. Überleben nicht garantiert. Keine Perk-Beschreibung ist so assgenau und überdeutlich wie die hier. Und trotzdem habe ich sie gewählt, weil das da hat seine Vorteile. Ihr könnt euch unheimlich schnell dahin bewegen, wo ihr eben irgendwas abstauben wollt, wo ihr irgendwas sammeln wollt oder wo ihr irgendwas potenziell Wertvolles vermutet. Das ist super hilfreich. Das Problem ist, dadurch, dass ihr so schnell seid und eben so flexibel, habe ich schon erwähnt, dass ihr damit flexibel seid. Es ist, wenn nicht noch ein anderer Scout mit in der Gruppe ist, unfassbar schwer, beziehungsweise nahezu unmöglich, euch in ansatzweise, wenn wir mal realistischer Zeit, zu folgen. Nicht, weil euch keiner begleiten will, weil es einfach keiner kann. Mit euch kann einfach keine andere Klasse Schritt halten. Nicht mal der Gunner mit seiner Zip-Line. Und selbst wenn der die Geschwindigkeit geskillt hat, dass das Ding schneller funktioniert und nicht mal damit, kommt man ansatzweise hinter einem Scout hinterher. Das ist das Riesenproblem. Und dadurch könnt ihr euch relativ regelmäßig in Situationen wiederfinden, gerade wenn eine Gegnerwelle spawnt, dass ihr irgendwo im Nirgendwo, wie eine Fledermaus irgendwo an der Decke hängt, fernab von Gut und Böse und dann kommen Unmengen an Gegner angekrabbelt und ihr seid Mutterseelen alleine, weil die anderen sind irgendwie noch ein oder zwei Höhlen-Eingänge weiter. Nachdem, wo ihr euch hin ziplined, kann euch das auch das Leben kosten, weil hier, Höchstgeschwindigkeit, ihr werdet, und wie gesagt, das ist durchaus gewollt, hier durch diesen Perk, ihr werdet in dem Moment, diese Kurbel aktiv ist, werdet ihr massiv beschleunigt. Das Problem, das ist, denke ich mal, fällt unter Massenträgheitsgesetz, formulieren wir es mal so, wenn ihr diese Geschwindigkeit habt, dann könnt ihr nicht einfach mitten in der Luft die Bremse treten und dann wieder anhalten. Ja, ihr haltet in dem Moment an, wenn ihr damit frontal euch gegen eine Wand ziplined, das ist unstrittig, aber, wie soll ich mich ausdrücken, je nachdem, in welchem Winkel ihr euch auf einer Oberfläche ziplined oder landet, kann der Schwung reichen, euch wie ein Flummi abprallen zu lassen und irgendwo anders hinzufliegen, wo ihr gar nicht hinwolltet. Und das kann eben durchaus dazu führen, dass ihr es eben nicht mehr schafft, rechtzeitig schnell genug zu bremsen und dann doch noch irgendwie in einen negativen, ziemlich schmerzhaften, ziemlich tödlichen Abgrund kullert, der so gar nicht vorhergesehen war. An der Stelle, wenn ihr Scout spielt, kann ich euch sehr eindringlich vor dem Missions-Affix geringe Gravitation warnen. Der ist dafür nämlich extremst gut geeignet. Für jede andere Klasse ist das mega praktisch, weil ihr könnt richtig schön wie Neil Armstrong auf dem Mond so richtig schön, groß, gemütlich durch die Gegend hopsen. Aber gerade da, durch diese enorme Beschleunigung, werdet ihr wirklich zum Teil eine halbe Höhlenlänge weitergeschossen, weil ihr irgendwo abgeprallt seid. Das kann natürlich auch sehr unterhaltsam sein, Klammer auf für den Rest der Gruppe, Klammer zu. Euch tatsächlich kann das Ganze relativ schmerzhaft enden. Alternativ könnt ihr einfach sagen, der Haken wird eben einfach schneller verschossen und ihr fliegt dann immer noch mit einem ganz ordentlichen Tempo durch die Gegend. Wenn es dumm läuft, seid ihr halt noch genau die Zeit für eure Gegner angreifbar, die es braucht, um euch die letzten HP aus dem Leben zu prügeln. Und dann seid ihr irgendwo, jenseits von Gut und Böse am Boden oder in irgendeinem Abgrund oder noch schlimmer, auf irgendeinem Berg oben, in irgendeiner Höhle, wo die anderen Leute kaum an euch rankommen. Das hatten wir letztens im Stream mit Corby. Den hat es irgendwo am Arsch der Heide aus dem Leben geschossen. Und wir haben die gefühlt halbe Missionsdauer gebraucht, um da hinzukommen, um den zu retten. Also das sollte man tatsächlich auch mal überlegen, dass auch dieser Fall eintreten kann. Und insofern würde ich persönlich diesen Perk empfehlen. Auch sehr, sehr zu empfehlen, der Widerstand, vorübergehender Bonus zur Reduzierung von Fallschäden, nachdem der Enterhaken losgelassen wurde. Das kann, auch das muss man im Verhältnis sehen, gerade in Verbindung mit diesem Perk sehr, sehr hilfreich sein. Alternativ, das geht halt in die genaue Gegenrichtung, Geschwindigkeitsrausch, Nutzung des Enterhakens, gibt dir einen Geschwindigkeitsbonus, nachdem du gelandet bist. Das heißt, hier eure Beschleunigung von hier, die wird quasi nach dem Landen fortgesetzt. Man kommt irgendwo auf, merkt, da sind aber ungesund viele Krabbebeine auf dem Boden. Schnell weg. Alternativ, dazu könnt ihr natürlich auch einfach sagen, nö, ich nehme einfach jeden Perk, mit dem ihr hier die Aufladezeit reduziert, um zu versuchen, den Greifhaken quasi möglichst oft einsetzen zu können. Mit dem Perk könnt ihr euch halt eben, finde ich, also so wie ich den da benutze, könnt ihr halt relativ weite Strecken überbrücken. Das Ganze auch relativ schnell. Wenn er jetzt eben hier rein auf diese Cooldown-Reduzierung geht, dann quasi wie so ein Flumi, dann seid ihr halt deutlich schneller. Das Ganze aber über deutlich kürzere Strecken. So. Diese Erklärung vorweg, die Schwebestiefel. Wenn ihr euch in der Luft befindet, Check, macht was quasi, ihr durchaus fast so oft tun werdet, wie auf dem Boden sein, könnt ihr C gedrückt halten, das ist die Taste, mit der ihr auch Muley rufen könnt, und schwebt dann für dreieinhalb Sekunden. Ihr könnt euch mit dem Enterhaken auch direkt irgendwo an der Wand oder an der Höhlendecke kleben, indem ihr einfach die linke Maus, das da gedrückt haltet. Solange ihr die gedrückt haltet, klebt ihr da wie eine Fledermaus und haltet euch einfach fest. Ihr könnt da nichts machen, aber ihr fallt auch nicht runter. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel in die Nähe von irgendeinem Vorkommen oder so geschossen habt und wollt das abbauen, könnt ihr dann einfach mal eure Schwebestiefel aktivieren, und das sieht man halt auch relativ häufig, und fangt instant an, mit dem aufgeladenen Schlag und mit dem normalen Spitzhackenschlag zu versuchen, ein Loch in die Wand zu hacken, das groß genug ist und tief genug ist, dass ihr da reinpasst. Und das Ganze innerhalb von diesem Zeitfenster, von diesen dreieinhalb Sekunden, das muss man auch ein bisschen üben. Vielleicht nicht 150 Meter über dem Fußboden, vielleicht reichen auch anderthalb Meter über dem Fußboden, um das zu üben. Wenn ihr diesen Minitunnel gegrabt habt und der eurer Meinung nach groß genug ist, hopst ihr mit Leertaste da rein und im Optimalfall könnt ihr euch dann zu dem Vorkommen eurer Wahl buddeln. Das ist der zweite nicht Fallschaden reduzierende, aber eben beim Abbau helfende Aspekt dieser Fähigkeit. Und auch da, dadurch, dass ihr euch eben so flexibel durch die Gegend schießen könnt, ist das natürlich für den Scout deutlich interessanter als für andere Klassen. Was ich auch sehr empfehlen kann, gerade beim Scout, und wenn ihr mich jetzt schon ein wenig länger verfolgt, quasi, ich bin normalerweise ein Riesenfreund von diesem Perk, Feldarzt. Was aber, wie bereits erwähnt, bei euch relativ oft der Fall sein wird, dass ihr euch in irgendeinen Gang reinbuddelt und dann kommen da plötzlich Gegner an und ihr habt, wie gesagt, nicht so die Superbewaffnung. Da kann es sehr für ein Vorteil sein, sich dann mal eben einen aus dem Gegnerpack zu zähmen, der dann auch nochmal für euch kämpft, sodass ihr nochmal ein bisschen Bonusschaden dabei habt und potenziell noch einen anderen Kumpan in der Nähe, auf den dann die Gegner draufbeißen, statt auf euch. Also das würde ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Sieht man auch, gerade bei Scouts, sehr, sehr häufig und ist natürlich gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden grundsätzlich sehr interessant. Jetzt mal die Bewaffnung. Die Standardwaffe ist die Deepcore GK2, klassisches Sturmgewehr. Macht jetzt nicht den Wahnsinnsschaden, das ist so das, was uns komplett durch alle Waffen durchziehen wird. Das ist so der rote Faden oder die rote Leitung. Das ist auch in Ordnung, weil wie gesagt, es ist für euch deutlich leichter, Kämpfe zu vermeiden, als eben dann aktiv zu kämpfen. Und in den meisten Fällen bringt euch das auch nicht wirklich viel, weil ihr ja nur schnell irgendwo hin müsst, gerade irgendwie ein bisschen Nitro aus der Wand schlagen oder Gold oder irgendwie eine Ebonus auspflücken oder irgendein Blümchen oder was und dann zack geht es weiter. Also ihr haltet euch ja nicht so lange da auf wie jetzt, keine Ahnung, die oft betonten Bodenkrabbler. Also insofern, ihr braucht ja auch nicht viel zu kämpfen und wie gesagt, bei dem abschließenden Großkampf-Event üblicherweise, da könnt ihr dann auf andere Art und Weise supporten. Also ja, das Ding ist ganz brauchbar. Ja, also das ist wieder so eine Lupensituation. Erhöhte Genauigkeit mit präzisem ersten Schuss. Also damit das Ding funktioniert, müsst ihr quasi schießen, wieder abbrechen, wieder schießen, wieder abbrechen und nur, dass ihr quasi hier mit diesen 15 Schaden einen besonders präzisen Schuss auf einen Gegner bekommt. Das Unfug, also wenn ihr hier die M1000, wenn ihr spätestens wenn ihr die freigespielt habt, die kann das wesentlich, wesentlich besser, die ist wesentlich, wesentlich präziser und die macht wesentlich, wesentlich mehr Schaden. Also das ist Quatsch. Was euch definitiv mehr bringt, werdet überrascht sein, wie in Anfangszeichen langsam das Ding schießt. Also insofern ist das durchaus eine valide Option zu sagen, nee, ich nehme lieber die Feuergeschwindigkeit mit, weil das ist nämlich auch das Problem. Dadurch, dass das so eine langsame Schussfrequenz hat, auch das sorgt nicht dafür, dass da bei euch beeindruckend, schnell beeindruckend viele tot am Boden liegen wird. Jetzt könnte man hier natürlich den Schaden steigern. Wenn ihr euch mal die maximale Munition anguckt, 375 Schuss quasi Baseline und dadurch habt ihr noch mal 100 mehr, das ist eine ordentliche Größe, gerade mit einer Magazin-Größe von eben 30 beziehungsweise 40. Insofern bin ich dann dementsprechend wieder hierfür. Dann haben wir den Rückstoß, ja, wenn ihr jetzt extrem lang damit schießt, das Ding neigt wie alle Waffen dieser Art zum Klettern, sprich, geht immer ein bisschen mehr nach oben und so. Eigentlich ist mir dann das größere Magazin tatsächlich lieber, und zwar aus einem ähnlichen Motivation raus wie beim wie beim Ganner bei der Automatik-Kanone und zwar nicht, weil ich dadurch länger schießen kann, weil dann habe ich dieses Problem von dem Klettern, aber ich habe quasi ein bisschen mehr Puffer, wann ich nachlade. Und das hier, natürlich kann man so einen Rückstoßdämpfer einbauen, aber man kann auch einfach eine schöne klassische Beschreibung, kurze, knappe Feuerstöße anwenden. Schachpunktbonus, ihr bekommt einen Bonus von 20 Prozent, wenn ihr den Schwachpunkt eines Gegners trefft, ja, ich will nicht sagen, das ist wieder oben, aber das ist relativ unsinnig, weil auch da, wenn ihr gezielt auf Schwachpunkte von Gegnern schießen wollt, seid ihr hier mit dem Teil wesentlich effektiver und richtet wesentlich mehr Schaden an. Tatsächlich und das ist so was, das ist noch so in Anfangszeichen meine alte Skillung, als ich den Scout aktiv gespielt habe, der Scout, das so quasi Nostalgizarus technisch, das war mein erster Charme und hat super viel Spaß gemacht und Rüstungsschreddern ist praktisch, keine Frage, aber wenn ich den nochmal spielen würde, würde ich tatsächlich hier nochmal die erhöhte Feuerrate nehmen üblicherweise ist es euer Job nicht bei den anderen zu sein und dementsprechend ihr bekommt so oder so einen Praetorianer damit nicht alleine aus dem Leben geschossen. Dann haben wir Bewegungsgeschwindigkeit, bewege dich für kurze Zeit schneller, nachdem du einen Gegner getötet hast, da werde ich gleich sehr inkonsequent werden, weil hier empfehle ich euch den nicht. Das gleiche Dito, das Töten eines Gegners erhöht die Genauigkeit, Betäuben, höhere Chance bei Schwachpunkttreffern das Ziel zu betäuben. Ja, ihr könnt alleine keinen Praetorianer auseinandernehmen, aber gerade, wenn der sich so auf die restlichen Gruppenmitglieder zu bewegt und ihr seid gerade irgendwie in der Nähe, dass ihr eben den ungeschützten Bereich seht, könnt ihr mal da nochmal draufschießen und könnt ihn damit mal dadurch ein bisschen aus dem Spiel kurz mal nehmen und eure Teammates können dann erstmal quasi so drumherum mit dem ganzen Kleinkram ein bisschen aufräumen. Also das ist tatsächlich durchaus interessant. Meine persönliche Lieblingswaffe, klassisches M1 Garant halbautomatisches Gewehr und auch wenn ihr verschossen seid, macht das auch dieses klassische Pling, wenn der Munitionsstreifen rausfliegt. Das Ding kommt einem Scharfschützengewehr verdammt nah. Im Grunde ab dem Zeitpunkt, ich das Ding benutzen konnte, habe ich damit gespielt, weil ich die richtig, richtig angenehm finde. Die kommt meinem Spiel, meinem bevorzugten Spielstil, kommt die sehr, sehr entgegen. Ich bin nicht so dieser Bullet Spray Typ, sondern ich schieße lieber gerne präzise und dann eben auch möchte ich aber auch genau das treffen, worauf ich gezielt habe. Und dafür ist das Ding richtig, richtig klasse. Ihr könnt den Schuss aufladen, Maustaste gedrückt halten, dann wird das Ganze präziser. Und funktioniert im Grunde wie ein Scharfschützengewehr. Und ihr habt auch einen Extrembonus auf Panzerbrechen und dergleichen und auch einen Schadensbonus und so weiter. Wir haben hier die Gesamtmunition. Dazu muss man sagen, 96 Schuss, das ist schon ordentlich. 96 mal auf die linke Maustaste geämmert haben, bis das Ding leer ist. Da habe ich mir dann doch lieber den größeren Schaden mitgenommen, weil hier reden wir dann tatsächlich immer von zehn Schaden mehr und das ist tatsächlich mal eine Ansage, wo ich sage, so, Moment, ich will das jetzt wissen. Da bin ich jetzt gerade mal neugierig aus. 96 mal 65. 6.240. So, und jetzt 136 mal 55. Okay, gucke. Also, wenn es rein um den Schaden geht, wie viel Schaden ihr anrichtet, dann ist tatsächlich die Version ohne Schaden ist natürlich effektiver. Also, in absoluten Zahlen richtet ihr damit mehr Schaden an, aber ihr müsst natürlich den einzelnen Gegner unter Umständen öfter treffen. War jetzt einfach mal gerade so spontanes Interesse meinerseits. Dann haben wir Schnellladespulen, fokussiere schneller beim Halten des Abzuges. Das ist jetzt auch nicht so, dass das eine Ewigkeit dauert. Wenn es haarig wird, könnt ihr euch auch schnell wieder mit eurem Greifhaken verziehen. Alternativ verbesserte Ausbalancierung, höhere Genauigkeit und Stabilität beim Feuern aus der Hüfte. Ja, das kann, das habe ich einfach mal interessehalber getestet, aber das ist halt nicht, zumindest meine Meinung nach, das ist halt nicht, wie diese Waffe funktioniert. Also, das ist ja nicht irgendwie so eine MP oder so, wo er mal eben kräftig aus der Hüfte schießt. Das kann man mal machen, aber das macht ihr ja auch, auch das muss man sich ja überlegen, das macht ihr ja üblicherweise dann, wenn gerade eine ordentliche Menge direkt quasi vor eurem Lauf steht und dann wiederum sind die Viecher so nah, dass es auch keinen Unterschied macht. Dann lieber entsprechend die gehärteten Kugeln eben handzerbrechend. Wie gesagt, da kann man dann halt eben auch nochmal gezielt auf dann Schwachstellen schießen und so weiter, gerade zum Beispiel bei Praetorianern logisch, aber auch bei Dreadnoughts, bei der Schwarmhüterin oder wie das Viech heißt, dass diese vielen Ads beschwört. Wenn die dann ihre Schwachstellen offenbart, da seid ihr unglaublich gut damit, mit dem Teil diese Schwachpunkte wegzuschießen. Da tun sich andere Klassen deutlich schwerer mit. Also das ist tatsächlich ein Punkt, da würde ich dann das definitiv mitnehmen. Hier dann nochmal größerer Schadensfokus, also sprich, wenn ihr aufgeladen habt. Auf der anderen Seite habe ich mir dann doch lieber die Magazingröße genommen, weil acht Schuss, aber das kann wirklich schon eng werden und da habe ich mir dann lieber mal die Magazingröße genommen. Könnt ihr, wie gesagt, beides mal ausprobieren, das womit ihr euch wohler fühlt. Ich habe mich mit dem Magazin wohler gefühlt. die Durchschlagskugeln, wieso ist es eigentlich immer diese Reihe, wo ich dann öfter mal so mit mir denke, äh, nee. Ja, ihr könnt drei Gegner hintereinander beschießen, nehme ich entsprechend lieber nochmal einen Schwachpunktbonus mit. Und das ist der Punkt, den ich eben schon angedroht habe. Hier könnte man mir vorwerfen, ich bin inkonsequent. Wenn ihr fokussiert auf einen Gegner schießt, betäubt ihr damit Ziele. Das ist grundsätzlich, ist das super hilfreich. Das Problem ist, es ist ein Gegner und ihr müsst einen aufgeladenen Schuss verwenden. Und wenn ich üblicherweise geneigt bin, diesen Perk zu empfehlen, bin ich in diesem Fall tatsächlich für die Nachladegeschwindigkeit, weil normalerweise, wenn ihr nachladet, das dauert zweieinhalb Sekunden. Das ist auch ein Punkt, warum ich mich für das größere Magazin entschieden habe. Und auch hier wieder muss man sehr genau lesen, du kannst Blitz schnell nachladen, nachdem du einen Gegner getötet hast. Deswegen bin ich auch unter anderem hier auf mehr Schaden gegangen. Ähnlich wie bei der Automatikkanone, beim Gunner, kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein, wenn ihr euch quasi mehr oder weniger aussuchen könnt, wann ihr ein Magazin wechselt. Und wenn ihr dann irgendwo einen kleinen Glyphid oder einen angeschlagenen Glyphid irgendwo in der Nähe seht, dann schießt ihr den Fix aus dem Leben und ladet dann damit sehr, sehr schnell nach. Dann, obwohl wir gerade bei Geschmackssache sind, wieder Disclaimer, nur weil ich diese Perks nicht gekauft habe, heißt das nicht, dass die nichts taugen. Ich persönlich mag diese Waffe überhaupt nicht. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern sie gefällt mir persönlich einfach nicht. Nicht mal vom Design, das Model ist cool, aber wie diese Waffe funktioniert, das gefällt mir eben nicht. Wie gesagt, und das habe ich ja gerade schon dargelegt, ich bin nicht der Bullet Spray Typ, das ist nicht so mein Spielstil. Wenn ihr an sowas Spaß habt, werdet ihr damit auch sehr, sehr viel Spaß haben. Und tatsächlich, die sieht man auch relativ regelmäßig bei Scouts. Witziger Funfact, die Waffen beim Scout, die sind so ausgewogen, könntet mir jetzt sagen los, die Waffe beim Scout, die man mit Abstand am meisten sieht. Ich könnte es euch nicht sagen. Man sieht sowohl als auch als auch absolut, ich würde wirklich sagen, gleich verteilt. Das hier letzten Endes, finde ich persönlich, einfach nur der persönliche Geschmack entscheidet. Das ist auch sonst bei keiner anderen Klasse so, weil das ja doch zum Teil sehr, sehr, auch von den Perks her sehr in die eine oder in die andere Richtung sich lesen lässt. Aber hier in dem Fall muss ich wirklich sagen, also die habe ich alle drei regelmäßig im Einsatz gesehen. Und sowohl als die eine als auch auf die andere Art und Weise funktionieren die alle ganz hervorragend. Das muss man wirklich mal sagen. Mir persönlich hat die Waffe einfach überhaupt nicht gefallen. Deswegen bin ich da einfach nur einmal da durchmarschiert und habe dann relativ schnell eingesehen, nö, das wird nichts. Der Plasma-Karabiner und ich, wir werden keine Freunde. Ich bleibe bei der M1000. Das Ding ist grundsätzlich auch ein Sturmgewehr, aber eben ein Plasma-Sturmgewehr. Der Riesenvorteil an dem Ding ist, damit kann man unglaublich viel Rüstung schreddern. Also dafür ist das Ding richtig, richtig übel. Zumal das hat eine Wahnsinnsfeuerrate. Die ist noch nicht mal irgendwie hochgedreht oder so. Das ist eine richtig üble Feuerrate. Und damit kann man wirklich, also die Rüstung, wenn es einem darum geht, Rüstung zu zerlegen, ist das Ding also absolut vom Feinsten. Das muss man wirklich sagen. Das Ding hat aber in dem Sinne keine Munition, sondern hat halt eine Riesenbatterie. Das ist quasi eure Maximal-Munition. Und damit ihr die nicht an einem Stück durchjagen könnt, hat die eine Überhitzungsmechanik. Ihr könnt die auch nicht nachladen. Ihr könnt zwar die Nachladetaste drücken, die bewirkt dann auch aber was anderes. So, wir haben die Feuerrate nochmal hochgedreht. Das ist dann fast schon lächerlich schnell. Alternativ weniger erzeugte Hitze pro Schuss. Das würde ich euch dringend empfehlen. Wenn ihr das Ding ein, zwei Mal abgefeuert habt, werdet ihr wissen, warum. Die Geschwindigkeit, das ist wieder so ein Ding, dann fliegen die Dinger halt schneller, aber ihr habt nach wie vor das Problem mit dem Überhitzen. Gesamtmunition erhöht ist natürlich sehr, sehr interessant, also wirklich sehr, Ausrufezeichen interessant. Mehr Schaden, das Ding macht fürchterlichen Schaden. Lasst euch nicht von dieser neuen da irgendwie in die Irre führen. Jetzt nicht zwingend direkt über die einzelnen Projektile, aber einfach über die Masse, weil ihr so unfassbar schnell, unfassbar viel schießt. Insofern würde ich euch dringend zur Munition raten. Da haben wir dann die Streuung reduziert, das ist grundsätzlich natürlich auch interessant. Wäre nicht in demselben Punkt, in der selben Reihe, dass da ein besseres Kühlsystem wäre und das Ding schneller abkühlt. Alternativ, die heißen Gase motivieren dazu, sich deutlich schneller zu bewegen, nachdem die Waffe überhitzt ist. Ja, das ist auch wieder so ein All-In-Ding, finde ich. Also, du stellst dich quasi irgendwo hin, so, ne, Gandalf-mäßig, ihr kommt nicht an mir vorbei und schießt halt auf die Gegner drauf, bis das Ding komplett überhitzt ist und den Geschwindigkeitsboost nehmt er dann, um euch zu verziehen. Auf der anderen Seite, wenn ihr als Scout weglauft, dann ist halt auch schon sehr viel schiefgegangen, finde ich persönlich, weil dafür hat man seinen Greifhaken. Elektrizität, das ist tatsächlich sowas, das wäre sehr interessant, genauso wie die Explosion, wo man dann quasi so ein bisschen mehr Flächenschaden verursacht, wenn da nicht panzerbrechend wäre und ein Rüstungsschredder von 300%, das ist halt, das ist wahnsinnig stark, weil ganz ehrlich, ihr seid so oder so mit keiner Waffe in der Lage, großartigen Flächenschaden zu verursachen, auch nicht mit dem Perk, dann würde ich wie gesagt deutlich eher hier diesen Rüstungsschredder Bonus empfehlen, für den sich das Ding halt wirklich anbietet, also das ist sowas, was das Schädigen von Rüstung angeht, ist das definitiv die beste Waffe, die ihr als Scout wählen könnt und dementsprechend solltet ihr diese dann auch nehmen und nutzen. Dann haben wir den Nachlade-Effekt, das Drücken der Nachladetaste versetzt den Plasma-Karabiner in den Überhitzungsmodus, der die Waffe schneller abkühlen lässt, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ihr drückt eure R-Taste, die Nachladetaste und könnt damit quasi aktiv die Waffe entlüften und das ist tatsächlich, wenn ihr mal da angekommen seid am Anfang, dann wird es tatsächlich ein bisschen angenehmer, fühlt sich aber immer noch nicht so rund an, dass ich sage, jo, damit renne ich gerne rum, beste Grüße an den Korbi an der Stelle, der hat damit richtig viel Spaß und springt da durch die Gegend und säbelt da alles rum, also wie gesagt, es versteht mich nicht falsch, mit der Knarre kannst du richtig aufräumen, aber du wirst auch jeden bei jedem verdammten Ammo-Crate laut in Caps Lock hier rufen, alternativ, ja, überschüssige Wärme im System führt dazu zu einer schnelleren Feuerrate, wenn die Waffe 50% Hitze überschreitet, das hatten wir glaube ich beim, wo war das, beim Gunner auch, bei einer von den Waffen, das ist auch wieder so ein Skill-Cap-Ding, wenn du quasi den Spagat hinbekommst, die Waffe irgendwo zwischen 51 und 99% Überhitzung zu jonglieren, dann mag das irgendwo was bringen, aber am Ende vom Tag bringt es nur dann, bringt es halt nur den Effekt, dass die Batterie noch schneller leer ist, dann, wie gesagt, die Flinte, da haben wir im Grunde mehr oder weniger schon einiges gesagt, nicht alles, aber doch das meiste, das Ding macht richtig ordentlich Schaden, also hier tatsächlich größere und schwerere handgefertigte Schrotkugeln, tut richtig weh, Gesamtmunition, ja, das kann natürlich verlockend sein, 24 Schuss, ist nicht viel und je nachdem, welche Übertaktung man wählt, mehr Munition, mehr Nachladen, das ist natürlich super oder so ein All-In-Ding mit beiden Läufen gleichzeitig schießen und mehr Schaden verursachen, das ganze Dito hier, das geht so in eine ähnliche Richtung, ihr schießt beide Läufe nicht gleichzeitig, aber kurz nacheinander ab, das geht sehr in die gleiche Richtung, hat aber auch denselben Nachteil, ihr habt sehr, sehr schnell das Ding leer geschossen, das ist schon sehr, sehr interessant, insofern habe ich dann tatsächlich hier, den hier genommen, so die, auch da nochmal so die Sicherheitsversion, mehr Munition, 30 Schuss und man kann schneller nachladen, das ist relativ angenehm, wenn ihr das Glück habt, ihr bekommt so ein Ding, das muss man leider dazu sagen, da haben wir dann wieder das Betäuben, was sehr, sehr hilfreich sein kann, Gesamtmunition tatsächlich und hier habe ich die Pelletanzahl genommen, das muss man insofern kurz erklären, im alltäglichen Leben bei uns funktioniert das anders, ihr habt hier eine Hülse, eine Patronenhülse und da sind halt eben entsprechende Anzahl an Schrotkugeln drin und je mehr Schrotkugeln man da rein stopft, logischerweise, weil die Hülse bleibt ja gleich, damit das funktioniert, müssen die einzelnen Kugeln im Durchmesser immer kleiner werden, weil sonst kriegt ihr ja nicht mehr rein. Das ist in diesem Fall die Magie von Computerspielen, es werden einfach, die Hülse wächst quasi auf magische Weise weiter und ihr habt mehr vom gleichen Kaliber drin und je mehr Kugeln ihr habt, desto mehr Schaden richten die an. Deswegen ist das tatsächlich eine direkte Schadenssteigerung, eigentlich müssten sie, wenn ihr mehr Kugeln da drin habt, müssten die weniger Schaden verursachen, weil sie kleiner sind, so funktioniert das aber nicht. Also ihr habt quasi elf Kugeln, die alle damit richtig ordentlich reinhauen. Ich würde die Betäubung wählen. Man kann, und auch das habe ich schon hier und da schon mal gesehen, man kann tatsächlich die Schrotflinte, weil die so stark ist, man kann tatsächlich als Scout die Schrotflinte als Hauptwaffe nutzen. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gesehen, vereinzelt nicht so oft wie jetzt die anderen Hauptwaffen, aber die kann man tatsächlich sehr, sehr gut einsetzen. Haken ist ja, das Ding braucht Munition noch und nöcher. Auch hier wieder Durchschuss, ja, nee. Hier ist interessant, ihr habt eine Druckwelle, das habe ich am Anfang auch mal ausprobiert. So alles, was sich vier Meter vor euch befindet, nicht im Umkreis, das ist ein bisschen missverständlich formuliert. Illusion, ihr Arnt, ist Flächenschaden und das nicht zu knapp. Und das dann auch noch, wenn dann potenziell irgendwie gerade noch jemand anderer irgendwie da in der Nähe steht. Klar, man kann natürlich aufpassen, wo man hin zielt, aber dafür ist halt einfach hier diese Wolframengeschosse Panzerbrechen ist halt einfach viel, viel interessanter. Dann kommt ihr, wie gesagt, auf einen Armor Penetrating Rüstungsschredder von 400%. Das ist halt richtig übel. Also das Ding scheppert halt richtig und das ist halt auch gerade als Scout, ihr sippt euch mit eurem Enterhaken irgendwie hinter den Gegner und haut dem dann optimalerweise zum Beispiel mit dieser Übertaktung hier zwei Läufe da mit rein. Dann seht ihr mal, wie Lebensbalken ungesund schnell zusammenschrumpfen und das sind in dem Fall auch nur noch die vom Gegner. Das ist richtig nice. Also das ist tatsächlich, kann man sehr empfehlen, zumal, wie gesagt, aufgrund eurer Mobilität ist euch eben deutlich leichter als anderen Klassen eben sich hinter den Gegner zu manövrieren. Ich meine, unten, das ist auch wieder so ein Ding, automatisches Nachladen, Nachladen, geholsterte Waffen fünf Sekunden automatisch nach. Und ist das für eine Offhand extrem clever, muss man mal sagen, weil normalerweise schießt ihr mit eurer Mainhand rum, da macht ihr eben ein, zwei Angriffe mit dem, also ein, zwei Schuss mit der Flinte, packt die wieder weg, schießt wieder mit der Mainhand und nach fünf Sekunden ist die automatisch wieder nachgeladen. Das kann natürlich super stark sein und ich kenne einige Leute, die damit spielen, also das Ding hat durchaus einen sehr, sehr hohen praxisnahen Wert, aber, von Angst reden wir nicht, ihr kennt das Prinzip, warum ich da kein Fan von bin, das hier finde ich persönlich noch hilfreicher, einfach wegen dem Synergieeffekt. Ein toter Praetorianer, der hinterlässt immer diese Giftwolke oder, wenn ihr in diesem Pilzgebiet seid, mit diesen Giftpilzern, die immer diese Giftwolken machen, die könnt ihr mit diesem Perk anzünden und dann quasi in so eine Feuergranate umwandeln und das ist mega hilfreich, gerade bei den bereits angesprochenen Endkämpfen und das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie ihr doch sehr, sehr zuverlässig einen ordentlichen Flächenschaden hinbekommen könnt, weil indem ihr dann einfach mal mit der Flinte in solche Gaswolken reinschießt, das ist super hilfreich und kann auch richtig Flurschaden anrichten. Die Nook 17, das ist eine zweihändige MP, also zwei einhändige Pistolen und wenn man ehrlich ist, rein vom Coolnessfaktor zwei von den Teilen in der Hand zu haben, ist das nicht zu schlagen. Der Wahrheit, die traurige Ehre zu geben, das war es dann aber auch. Sehr, sehr selten und sehr, sehr, sehr vereinzelt sieht man die mal im Einsatz bei Scouts und das tut mir auch in meiner Deep Rock Fanboy-Seele so ein bisschen weh. Das ist die eine Waffe, wo ich wirklich sagen muss, also so leid es mir tut, die ist einfach overall, die ist einfach hinten und vorne zu schwach. Also die lohnt sich wirklich im Grunde fast nicht. Die ist im Grunde das Schlechteste aus allen Welten von allen Waffen, muss man sagen, traurigerweise. Macht wahnsinnig viel Spaß, aber damit bekommt ihr halt noch viel weniger Tod und ihr habt noch viel größere Probleme, weil zum einen, die macht zwar auf dem Papier ganz ordentlichen Schaden und ihr habt auch auf dem Papier ganz ordentliche Mengen an Munition dabei, aber das Ding hat eine irrsinnige Feuergeschwindigkeit. Also das ist wirklich die lächerlichste Feuergeschwindigkeit, die man sich vorstellen kann. Das Ding ist so schnell leer geschossen, das ist unglaublich. Und dafür muss man tatsächlich sagen, für die Menge an Munition macht das Ding dann doch insgesamt einfach, dann bringt es zu wenig. Ehrlich muss man dann quasi zur Ehrenrettung von diesen MPs auch sein. ein Hauptgrund, warum diese Pistolen so schwach scheinen, ist, weil die Schrotflinte so unglaublich stark ist. Auch weil die so vielseitig ist. Ihr könnt sie ja, wie gesagt, ihr könnt sie als quasi alternativen Granatwerfer benutzen, um Flächen anzuzünden. Ihr könnt euch damit durch die Gegend schießen. Ihr könnt Schwachpunkte extremst perforieren. Ihr könnt Gegner komplett wegbomben. Ihr habt so einen Winkel vorne, wo ihr so eine Druckwelle verschießt und, und, und. Das Ding kann so unglaublich viel für eine Flinte. Da muss man halt auch erstmal mit Schritt halten können. Und das ist das große Problem. Also die Waffe ist nicht komplett per se schlecht, aber die Flinte ist einfach so viel stärker, dass sie schlecht wirkt. Dieser Elektrizitätsperk, das ist ein sehr schönes Beispiel dazu, wie man in die Irre geführt wird, wenn man nur die Überschriften liest, mehr Schaden an Zielen, die sich in einem elektrischen Feld befinden. Das heißt, die bekommen nicht per se elektrischen Schaden, sondern die verursachen gegen elektrisch beeinflusste Gegner 30% mehr Schaden. Und das bedeutet, ihr müsstet entweder Busco dabei haben, der einen Gegner geschockt hat, oder jemand anderen, der eine elektrische Granate oder so wirft und das ist nämlich eure Startgranate, diese HFG, ein Hemmfeld Generator und zwar das Ding macht einen relativ großen Bereich um sich rum und das ist eben dieser besagte Schwächungseffekt und Elektrizitäts Feld und Gegner, die da drin sind, wenn er dann mit den zwei Pistolen reinschießt, dann bekommt er da den Bonusschaden drauf, aber auch nur dann und von den Dingern habt ihr sechs Stück und damit das was bringt, muss dann Gegner auch drin sein, das heißt, wenn ihr die Granate irgendwo hinwerft, wo kein Gegner drin ist, dann bringt euch das auch nicht viel, also das ist so eine Synergie, die ist trügerisch, so leid mir das tut und da geht einem direkt mein Licht auf, das ist das Tool beim Scout, das ich mit weitem Abstand am meisten geliebt habe und genauso am meisten vermisse, wenn ich kein Scout bin oder kein Scout in der Gruppe ist, weil damit könnt ihr nämlich eine Höhle richtig, richtig gut ausleuchten, das ist super hilfreich, nicht um nur unbedingt um Gegner vorher zu sehen, sondern auch zu sehen möglicherweise oh hoppala, da hinten geht es aber steil runter und ja, natürlich habt ihr eure vier Knicklichter, die sich auch immer wieder aufladen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, die Dinger, die hat man relativ schnell auf Cooldown, wenn man keinen Scout in der Gruppe hat, das muss man einfach mal so sagen und diese Knicklichter, die erleuchten halt auch nur einen kleineren Bereich und auch nicht so weit weg und die Dinger hier, das sind quasi Harpunen, die irgendwie in den Fußboden, die Decke in die Wand schießen könnt und da ist ein richtig fettes Super knicklig dran, der im wahrsten Sinne der Gandalf der Gruppe, nicht jetzt, weil er sagen könnte, hier, du kommst nicht vorbei, aber so exakt wie in den Minen von Moria, wo man dann eben mal so eben quasi so einen halben Stollen beleuchtet, genau das macht ihr mit dieser Leuchtpistole, also das Ding ist super super stark, haben wir dann die erweiterte Munitionstasche, drei Maximum mehr, ja, mei, tatsächlich bin ich in dem Moment lieber mit mehr Kernmaterial für längeres Brennen, dabei 105 Sekunden, das ist schon ganz angenehm, übertaktet der Zufuhrmechanismus, ganz ehrlich, das ist eine verdammte Leuchtpistole und kein MG, welches gilt hier für automatisches Nachladen, wenn ihr die weggepackt habt, ja, könnte man nehmen, grundsätzlich wie bei der Flinte, das ist natürlich sehr angenehm, gerade bei einer Nachladezeit von knapp zweieinhalb Sekunden, wenn da nicht wäre, eben die Leuchtdauer erhöhen kann. Man könnte natürlich auch sagen, gut, wenn ich drei mehr tragen kann, dann habe ich auch eine erhöhte Brenndauer, wie gesagt, das Ding braucht Munition und das kann man an einer Versorgungskapsel logischerweise eben auch mitnehmen, aber so toll dieses Feature ist, ihr solltet dann vielleicht doch nicht so ganz eskalieren wie ich. Diesen komischen Hemmfeldgenerator, den haben wir jetzt schon durchgearbeitet, das ist, ja, wäre durchaus interessant, wenn es nicht die Kryo-Granate gäbe und die ist ohne Wenn und Aber und ohne Diskussion die stärkste Granate, die der Scout im Waffengürtel hat. Alternativ diesen Pheromon-Behälter, der ist auch ganz witzig, aber mit witzig gewinnt man keine Mission, sehr wohl, aber damit alles, was wir bei dem Driller auf die Kryo-Granate schon gesagt haben, dass man eben fliegende Gegner einfrieren kann, die dann direkt auf den Boden fallen und zerplatzen, dass man ganze Gegnerschwärme einfrieren kann, die man dann eben mit der Spitzhacke oder mit ballistischen Patronen zerlegen kann, alles das trifft genauso eins zu eins auf die Kryo-Granate zu und immerhin könnt ihr vier Stück davon tragen, das ist auch eine ganz ordentliche Menge und Effektradius von sechs Metern, das ist auch ganz sportlich, sollte man tatsächlich auch mal eventuell die ein oder andere Testgranate vorher geworfen haben, weil da könnte es dann tatsächlich sein, dass man nachdem sich der Rauch verzogen hat, dem Eisskulpturengarten aus lauter Glyphiden plötzlich auch ein Zwerg da steht. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber das bringt einen zumindest nicht um. Ihr könnt dann einen eingefrorenen Zwerg auch mit der Spitzhacker nochmal raushacken oder wenn ihr ein bisschen derber drauf seid, natürlich auch mit der Pistole drauf schießen, den könnt ihr nicht umbringen, der wird dann halt mit entsprechend blumiger Formulierung eurer hervorragenden Leistung als Scout-Lob preisen, aber das lässt sich dann wiederum durch das Ausgeben einer Runde oder mehrere Runden Bier auch schon wieder sehr ins Positive drehen, also der Schaden ist im Gegensatz zu dem Schaden bei Gegnern sehr reparabel, der Hormonbehälter, der ist witzig, wie bereits erwähnt, das Ding muss man sich so vorstellen, ihr schmeißt zum Beispiel auf einen Praetorianer diese Granate und alle Gegner in wie man sieht Radius 4 Meter, das ist jetzt also auch nicht die Welt, also alles, was wirklich sehr, sehr nah um den Gegner drumherum ist, greift dann diesen Gegner an. Das ist im Grunde die umgekehrte Version von der Taunt-Granate vom Ingenieur. Ihr könnt damit natürlich dann quasi die kleinen nervigen Kumpels auf den dicken fetten Praetorianer draufhetzen. Auf der anderen Seite, diese Gegner sollten so oder so nicht lange leben, sodass das durchaus sein kann, dass zu dem Zeitpunkt ihr die Granate geworfen habt, schon wieder alles drumherum tot ist und die euch nicht viel bringt. Und genau deswegen würde ich persönlich dann zu der Frost-Granate raten, weil auch wenn man jetzt sagt, und das ist natürlich ein berechtigter Einwand, Moment mal, was ist denn jetzt, wenn ich irgendwo weit ab von der Truppe hier überfallen werde von irgendwelchen Viechern? Ja, damit könnt ihr euch natürlich auch ein bisschen Luft verschaffen, je nachdem, wie dicht die beieinander stehen. Womit ihr euch aber hundertprozentig garantiert Luft verschaffen könnt, ist mit der Kryo-Granate. Und auch wenn das dann in dem Moment so ein bisschen Munitionsverschwendung wäre, wenn ihr tot seid, ist es noch wesentlich anstrengender für die Gruppe, also insofern lieber dann mal eine Kryo-Granate schmeißen und dann abhauen, als dass dann irgendwie die Gegner über euch herfallen und euch aus dem Leben beißen. Und damit sind wir dann horridou erfolgreich mit dem Scout durch. Ich hoffe, ich konnte euch wie immer ein wenig helfen. bedanke mich schon mal vorauseilenderweise für euer Feedback. Das war bis jetzt auch immer sehr positiv und konstruktiv. Ich hoffe einfach mal, dass es dieses Mal genauso sein wird. In diesem Sinne, macht es gut und bis demnächst Tschüss. Tschüss.